Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Tierliste. Ja, ich dachte, ich mache mal so ein kleines, aber feines Special, bevor ich dann morgen, ja, also ich werde das einen Tag davor hochladen, morgen mit Tomb Raider Remastered, Teil 1 bis 3 anfange. Ich dachte, das wäre nochmal ganz nett, jetzt mal so rückblickend. Ich habe ja alle Teile gespielt, fast alle, also es sind so ein paar dabei, das sind aber irgendwie so Special-Dinger. Aber die habe ich nicht gezockt und ich dachte, wir machen mal eine Tomb Raider Games 2024-Liste, wo wir die einfach ranken werden. Es ist natürlich ziemlich schwer, ein ganzes Spiel zu ranken und das ist natürlich am Ende des Tages immer meine persönliche Meinung. Also deswegen, ihr könnt da gerne andere Meinungen haben. Ich weiß auch, dass natürlich manche Spiele euch auch mehr bedeuten werden, sicherlich. Gerade was so ein bisschen diesen Nostalgie-Faktor betrifft, andere werden mir wiederum mehr bedeuten. Ja, und ich versuche auch so einigermaßen, so wie es geht, auch zu erklären, warum ich ein gewisses Spiel so und so bewerte. Ich denke mal, bei manchen werdet ihr euch schon ungefähr denken können, wo ich die einordne, wenn ihr dann auch meine Let's Plays dazu gesehen habt. Ja, und ich werde in folgenden Kategorien einordnen. Also ein Meisterwerk, sehr gut, okay, unterdurchschnittlich, furchtbar und kenne ich nicht. Und ja, da wollen wir doch einfach mal direkt anfangen. Also es ist ein bisschen schwer, ein ganzes Spiel wirklich zu ranken. Weil also eigentlich jetzt mal ganz konkret gesagt, ich meine, ich liebe Tomb Raider, das wisst ihr ja. Also ich würde es ja sozusagen nicht als eines meiner, wie soll ich sagen, Hauptpfeiler des Kanals irgendwie nutzen, wenn ich sagen würde, Tomb Raider ist nicht gut oder Tomb Raider gefällt mir nicht. Aber kein Tomb Raider Teil ist perfekt, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein Meisterwerk einsetze oder dort ein Teil hinsetze, bedeutet das am Ende des Tages trotzdem, dass der auch seine Fehler aufweist. Ich meine, war es ja schon perfekt. Aber ich würde sagen, fangen wir erstmal an. Tomb Raider 1, also der allererste Teil. Ich muss jetzt sagen, also klar, Tomb Raider 1 steckte noch in seinen Kinderschulen, sage ich mal. Also was die Steuerung betraf, natürlich die Grafik und alles. Das Schöne ist bei Tomb Raider 1 aber, wie ich finde, es gibt faktisch, wie ich finde, keine Levelabschnitte, die wirklich furchtbar sind. Wo ich sage, ach, die habe ich mich durchgequält, das fand ich ganz schlimm. Also ja, es gibt einzelne Level, die gibt es aber in jedem Teil. Siehe die Zisterne, die ich wirklich absolut furchtbar fand. Aber an sich haben mir alle Levelabschnitte Spaß gemacht. Mir hat der erste Part, sage ich mal, des Spiels gefallen, der erste große Levelabschnitt, wo wir unter anderem dann auch im vergessenen Tal angekommen sind und das erste Mal gegen den T-Rex gekämpft haben. Ich fand, besonders hat mir gefallen, das war eigentlich mein Lieblingsabschnitt, St. Francis Foley mit den großen zusammengefallenen Worm, nenne ich es jetzt mal, oder wo man dann diese verschiedenen Prüfungen machen musste. Das hat super viel Spaß gemacht, das war einfach eine fantastische Idee gewesen. Und ja, auch, also Ägypten, ja, wie gesagt, ich bin nicht so der größte Ägypten-Fan, muss ich sagen. Die Level waren auch ganz gut und am Ende hatten wir Atlantis, was ja viele absolut furchtbar fanden. Ich muss sagen, ich finde es schön, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, weil es einfach, es hat so einen gewissen Body-Horror-Aspekt, der mir eigentlich sehr zusagt. Ich weiß nicht, jeder wird sagen, wow, das spricht mich total an. Ich fand es super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zusammenfassend ist Tomb Raider 1 für mich, es hat einen Grund, warum die Reihe so beliebt geworden ist und warum da jedes Jahr ein neuer Teil rausgepresst wurde. Tomb Raider 1 ist für mich auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ich werde es noch nicht unter Meisterwerk einordnen, dafür fehlt mir zu viel. Aber ja, also, was soll ich sagen, es ist einfach nur ein grandioses Spiel. Okay, so jetzt geht es weiter mit der Erweiterung oder mit Tomb Raider Unfinished Business bzw. Gold. Und da kommen wir auf jeden Fall schon mal etwas, das muss ich ein bisschen tiefer ansetzen. Aber wir überlegen mal, ich werde es jetzt nicht darauf, wie gesagt, münzen, dass es halt nur vier Level hat. Es ist nun mal eine Erweiterung oder ein Add-on, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, aber das Problem war, es gab zu wenig, es gab zu wenig Neues, ja. Es gab zu wenig Neues. Wir hatten im Prinzip ja zwei, wenn ich mich recht erinnere, zwei Ägypten-Level und zwei Atlantis-Level. Und die Level an sich hatten auch nicht so ein großes Alleinstellungsmerkmal. Am meisten kann ich mich erinnern an diesen Katzentempel. Das war, glaube ich, der zweite oder das erste oder zweite Level. Das war ziemlich cool, auch wenn man dann so die Zunge dieses Katzentempels ausrollen musste. Ähm, ja, also ganz ehrlich, das war schon gut, aber gerade die, also jetzt mal ganz ehrlich, gerade die Atlantis-Level war eine Qual. Also das war so Combat-heavy am Ende des Tages, dass ich gar nicht glauben konnte, also das war unschaffbar. Also, also was heißt unschaffbar, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht, es war mehr Qual, äh, als wirklich Spaß. Und da muss ich leider sagen, also ich könnte es unter Okay einordnen, aber ich muss es unter Unterdurchschnittlich einordnen. Einfach weil dafür, also ich hätte das wirklich nicht gebraucht, muss ich sagen. Es waren dafür, äh, es war nichts Neues, es war nichts Einzigartiges. Und man muss auch sagen, später kommen ja auch nochmal von den anderen, also Teil 2 und 3 auch nochmal Erweiterungen dazu. Die waren einfach, also die waren einfach weitaus besser, ne. Und, äh, da muss ich leider Tomb Raider 1 Gold, äh, relativ weit unten ansetzen. So, äh, Lara Croft, äh, irgendwas, dass ich, ich weiß, dass das so ein, dass das so eine isometrische Perspektive hat und so, äh, und man da so ein bisschen rätselastiger, äh, Lara da spielen muss. Und dann noch so ein Gott oder irgendeinen antiken Krieger, irgendwas, keine Ahnung, ne. Also, ich hab's jetzt nicht wirklich gespielt, also ich hab das mal vor Jahren mal angespielt, aber auch da hat's mich nicht so begeistert. Ähm, deswegen werde ich das jetzt fairerweise nicht einordnen. Tomb Raider 2, äh, 2013, das ist ganz interessant, da, äh, ja, da sind wir ja sozusagen, ich seh schon echt ein paar Sachen, äh, Rise of the Tomb Raider und sowas und Shadow of the Tomb Raider, das kann ich übrigens schon mal hier unten einordnen, kenn ich nicht, also ich kenn's natürlich, aber ich hab's zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gespielt, wurde gemerkt, ne. Tomb Raider 2013 hab ich ja durch, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und, ähm, also es ist schwierig, ich hab ja schon am Ende letztlich meines, äh, ja, meines Tomb Raider Let's Plays gesagt, äh, an sich ist es ein gutes Spiel, ne. Es ist für mich kein wirkliches Tomb Raider Spiel, also ich kann auch diese Kritik verstehen, ich kann verstehen, dass Leute, die damit aufwachsen und das sozusagen als Lara Croft kennenlernen sagen, dass das super ist, ne. Also, äh, also die Geschichte war spannend, muss ich sagen, sie war mir an manchen Stellen einfach ein bisschen zu Action geladen, also es war halt, also, äh, es gab da verschiedene Aspekte, die mich gestorben haben. A, es war viel zu Action geladen an manchen Stellen, dass es einfach nur ewiges Geballer war, ich sag nur Baracken statt, ganz, ganz furchtbar, die, äh, also, da hab ich mich echt durchgequält. Und es war manchmal, es war mir manchmal etwas zu nervig, von einer Baller-Sequenz zur nächsten zu kommen und, äh, dann war das fast schon so, ja, fast schon so ein Kriegsszenario. Ähm, das ist nicht das, was ich jetzt wirklich mit Tomb Raider verbinde, ne. Wiederum hatten wir aber auch schöne Kletterszenen gehabt, ne, wir hatten auch wirklich so ein bisschen dieses Erkunden, äh, von verschiedenen Gebieten dieser Insel, von, äh, Yamatai hieß es, glaube ich. Also, ich hab ein Gedächtnissensiv, ich hab das erst vor kurzem gespielt und schon hab ich's auch vergessen. Ähm, ne, aber da waren auf jeden Fall schöne Gebiete dabei, wo es auch Spaß gemacht hat, einfach mal, äh, sich so, so durchzukämpfen. Narratologisch hab ich echt ein paar Probleme mit dem Spiel, muss ich sagen. Also, am meisten stört mich halt so dieses, also, ich fand diese Idee gut, dass man sagt, ja, äh, man möchte Lara so diesen Survival-Aspekt ein bisschen, also, man möchte das ein bisschen mehr ausbauen. Kann ich völlig verstehen, find ich eine super Idee, ist richtig gut gemacht, also, eine richtig gute, äh, Prämisse. Ähm, ich kann natürlich auch darüber entdeckseln, dass es natürlich, äh, sich nicht mit den Ereignissen von den Classic-Toonrider-Teilen deckt, ja. Aber gut, es ist auch ein Reboot, so ein Reboot, da kann man auch sagen, mit ein paar Sachen, schieben wir etwas zur Seite, ist völlig in Ordnung, oder, ähm, schreiben wir etwas um, um da unsere eigene Story zu finden, ist in Ordnung. Ähm, Narratologisch hatte ich ein paar Probleme, und zwar, mein größtes Problem, ähm, war einfach dieser Aspekt, man, man fing an, man sollte so ein bisschen Mitleid mit Lara haben, aber am Anfang hat sie sich durchgequält, sie hat das erste Mal einen Hirsch, äh, mit Pfeil und Bogen erschossen, hat dann wirklich sich auch schlecht dabei gefühlt, musste es aber machen, um zu überleben. Ähm, wurde dann, äh, von einem, äh, der Jünger von Matthias, so ganz ekelhaft belästigt, und hat, äh, musste ihn dann töten, äh, aus Notwehr. Ähm, was eine, also, und da haben wir auch gesehen, dass sie wirklich daraus, davon fast schon Traume, also, äh, bekommen hat. Tolle Entwicklung, also wirklich eine tolle Sache, aber fünf Sekunden später ballert sie sich durch die Gegend und hat gar keine Probleme mehr damit, sich durch Massen von Gegnern durchzuschießen, und ich finde, das, das tut dieser Entwicklung ein bisschen weh irgendwo. Also, also, das kommt der Entwicklung auch nicht wirklich gerecht. Es wirkt ja einfach nur so, ja, völlig banale eigentlich, ne, also, äh, ja, es tut mir leid, dass ich jemanden umgebracht hab, so Lara, ne, und dann plötzlich, ja gut, jetzt baller ich mich durch, äh, 5000 Jünger durch, und das stört mich gar nicht. Ansonsten, ähm, ja, also, ansonsten, äh, spiel mich, also, narratologisch, was ich sehr, äh, was ich sehr mochte, waren diese ganzen Relikte und das ganze Zeug, was man finden konnte, was ja noch so ein bisschen, äh, also, was sich wirklich angefühlt hat, als ob ich so eine Archäologin wäre, die sich da, also, ne, so ein paar Stücke da zusammensucht und dann etwas über die Geschichte der Insel erfährt, aus verschiedenen Zeitepochen heraus, ne, und es gab, wie gesagt, schöne Orte, an die ich mich sehr gerne erinnere, zum Beispiel, ja, der Schiffsfriedhof, den fand ich richtig geil, also, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran, das hat Spaß gemacht, ne, und, ähm, ja, und ich meine, das Spiel endet ja auch ziemlich gut, ne, also, man hat da auch ein, eine ikonische Szene, wo sie das erste Mal ihre zwei Pistolen nutzt, was ich, äh, sehr toll finde, ähm, die Nebencharaktere sind gut bis vergesslich, also, da gab's halt welche, die, ja, haben halt völlig Banane gehandelt, wie dieser eine Typ, der dann Lara verliebt war und sich dann in Gefahr begeben hat, nur um sie zu beeindrucken, äh, völliger Blödsinn, ne, ähm, aber ich sag mal so, die letzten Figuren, die übrig geblieben sind, fand ich schon sehr sympathisch, und, äh, ja, also, der eine, der sozusagen, äh, wie hieß er denn, ähm, Whitman, der diesen Turm gemacht hat, also, der, ja, also, es war auch völlig bescheuert, ich frag mich, was er sich da erhofft hat, am Ende des Tages, ja, deswegen will ich sagen, Tomb Raider 2013 ist durch und durch ein okayes Spiel, ne, es hat definitiv seine Stärken, aber auch viel zu viele Schwächen, um es höher einzuordnen, das weiß ich nicht, was das ist, äh, Relic Run, würde ich wahrscheinlich nicht spielen, sieht wieder etwas aus, und go, das ist, glaube ich, so ein taktisches, ähm, isometrisches, low-polygon, äh, rundenbasiertes Taktikspiel, keine Ahnung, Tomb Raider Reloaded kenne ich nicht, ja, 1, 2, 3, Remastered habe ich noch nicht gespielt, jetzt wird sich zeigen, wo wir das einordnen, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob es, äh, gut genug ist, dass man sagt, okay, man, äh, ordnet das nochmal irgendwo höher an, da, wie gesagt, ich freu mich auch darauf, das zu spielen, ja, also, ich hab euch ja auch gefragt, ob ihr das, äh, sehen wollten, da hat sich der Großteil entschieden und hat gesagt, ja, auf jeden Fall, wir wollen sehen, wie du das spielst, deswegen bin ich gespannt, also, ich, äh, ja, was mich da erwartet, ob es, sag ich mal, wirklich ein neues Spielerlebnis ist oder eigentlich sich eins zu eins genauso anfühlt, ne, oder ist da einfach genug Änderungen, bis ich sage, ja, es lohnt sich, das auch nochmal durchzuspielen. So, Tomb Raider 2, mh, okay, das ist jetzt sehr schwierig, ich weiß, manche ist Tomb Raider 2 der beste Teil, manche sagen, ist definitiv ganz weit oben, ähm, ich kann auch verstehen, warum, also, ich sag mal, dass das Problem für mich ist, also, ich kann alleine schon Tomb Raider 2 nicht in Meisterwerk einordnen, wegen einer ganz klaren Sache, nämlich der Mittelteil des Spiels, diese ganzen Unterwasserlevel, der Mittelteil des Spiels hat sich so extrem gezogen, ne, wir hatten da jetzt nicht nur Level wie, ihr, das fragt der Maria Doria, was an sich eine nette Idee war, aber einfach wieder viel zu labyrinthisch und einfach nicht meinem Geschmack entspricht, ähm, es hat sich einfach gezogen, und es war alles, es war alles diese Unterwasser-Matsche-Pampe, dann hatte man eben diese ganzen, ähm, wie soll ich sagen, naja, dieses industrielle überall Rost und sowas, was mal ganz nett war am Anfang, aber es hat sich gezogen, es fing auf dieser Öl-Bohr-Plattform an, dann hat es mal getaucht, dann gab es von dem Wrack irgendwie 3, 4 Level da, äh, die Quarters sozusagen, das Wrack, dann der Außenbereich, und das hat mich echt abgetornt, ne. An sich, so wie das Spiel anfängt, super, die Geschichte ist fantastisch, also ich glaube, Marco Bartoli ist generell einer der besten Antagonisten, äh, von Tomb Raider, ja, oder aus jedem Tomb Raider-Spiel, ähm, der hat auch eine gewisse Präsenz, wie ich finde, diese ganze Geschichte mit dem Deutsch von Xian gefällt mir sehr gut, ja, kann man wirklich so sagen, ähm, die Level sind halt wirklich von sehr gut bis, wie gesagt, ich lasse mal den Mittelteil raus, aber ansonsten sind die eigentlich ziemlich gut, bis sehr gut, also, ich meine, wir haben in Tomb Raider 2 eines meiner absoluten Lieblingslevel, nämlich Venedig, Venedig ist einfach nur fantastisch, also, da gefällt mir das ganze Konzept des Levels, die Musik, äh, Venedig Violins, einfach nur grandios, ja, ähm, und wir haben auch später tolle Level, wie das Kloster von, äh, wie ist das Kloster von, äh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall das Mönchskloster ganz am Ende, äh, am Ende, das hat mir auch Spaß gemacht, das war auch nicht sehr linear, aber ich fand die Idee ziemlich cool, ne, und, äh, auch, okay, am Schluss, der Tempel von Xian, einfach super, also, ich sag mal, ich kann es nicht nur auf OK einordnen, das geht nicht, also, ich muss es auf sehr gut einordnen, ich würde es jetzt von der Reihenfolge her vor Tomb Raider 1 anordnen, ne, dafür, äh, hat das Spiel einfach viel zu viele gute Ideen, der Endkampf gegen, äh, den Drachen Marco Batoli war super, ja, äh, das letzte Level hier, Home Invasion-mäßig, das war auch, es war toll, ne, es muss man wirklich sagen, Tomb Raider 2 war ein rundes Erlebnis, wäre dann nicht der Mittelteil gewesen, so, und jetzt kommen wir zu Tomb Raider 2, äh, Golden Mask, ähm, also, ich, ich werde es auf jeden Fall über Tomb Raider 1 an Finished Business einordnen, alleine aus folgenden Grund, ähm, ja, es hat ähnliche, also, wie soll ich sagen, ähm, es, es hat eine ähnliche Level, also, es hat ähnliche, äh, also ähnliche Level-Teils und sowas, ne, also, wir haben ja die ersten zwei Level, also, das sind ja diese Sowjet-Levels letztlich, ne, die halt auch einfach nur, ja, die ganze Schnee-Location nimmt aus dem, äh, tibetanischen Hochland, ja, ähm, die Level sind mir alle so im Einzelnen nicht wirklich in Erinnerung geblieben, also, sie waren gut, ich weiß noch, dass ich mehr Spaß hatte, mich hat immer noch sehr gestört, dass es viel zu Combat-heavy ist, ja, also, da hat man sich auch unendlich lange durch die Gegend geballert, also, es hat einfach kein Ende genommen, was mich einfach genervt hat, ähm, aber, ich sag mal, dieses eine Level, wo er diesen riesigen Goldfluss hatte, das war toll, also, ja, also, ich würde gerade sagen, die Stadt von Eldorado ist es nicht, aber es war halt dieser, äh, ja, diese Untergrund-Goldstadt, die war einfach nur richtig gut, ähm, und, äh, das vierte Level war ja auch irgendwie so eine Art Dschungel-Level, ähm, was aber auch nicht so gut war, also, ich muss sagen, äh, unterdurchschnittlich, äh, ich würde sagen, okay, und ich würde es auch, äh, vor, trotzdem vor Tomb Raider 2013 einordnen, ja, also, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht böse gemeint, Tomb Raider 2013 ist auch ein gutes Spiel, wie gesagt, ne, aber, ähm, ja, ich sag mal so, ne, es ist halt, jede Generation hat so ihre Lara, äh, oder seine Lara Croft, ne, ähm, und am Ende des Stars hatte ich doch, äh, mit Tomb Raider 2000, äh, 2013, mit Tomb Raider 2, äh, Golden Mask immer noch mehr das Gefühl, dass es sich so ein bisschen mehr klassischer halt wie Tomb Raider anfühlt. So, Tomb Raider 3, ähm, ja, Tomb Raider 3 ist, sag ich mal, von den klassischen, bei der klassischen Trilogie nenne ich es jetzt mal auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Würde ich sagen, Meisterwerk auch nicht. Nein, 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 das kann ich, äh, tatsächlich nicht sagen. Ähm, oder kann ich sagen? Also, wir gehen erstmal durch. Das Gute ist, also, ich weiß irgendwie, also, das verstehe ich auch nicht, Tomb Raider 3 ist so ein Teil, der irgendwie in der Fangemeinde immer ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Kann ich nicht nachvollziehen, weil ich der Meinung bin, das Spiel ist von allen drei definitiv am spaßigsten, es hat, äh, es ist am abwechslungsreichsten, ja, ähm, die Story ist, die ist okay, ne, es ist nicht die beste Story aller Zeiten, aber so diese einzelnen Artefakte zu finden, finde ich super. Man kann vor allem auch die Reihenfolge auswählen, welche man die einzelnen, äh, Levelabschnitte spielt. Wir haben, und das weiß ich sehr zu schätzen, wir haben vor allem, das macht es auch nicht langweilig, wir haben vor allem viele unterschiedliche Gebiete, ja, wir haben die Nevada-Wüste, die übrigens sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, wir haben den Pazifik, äh, auch ein toller Levelabschnitt. Wir haben London, was absolut furchtbar war. Also, allein deswegen kann ich dem Spiel schon kein Meisterwerk geben, weil der London-Abschnitt war einfach die größte Katastrophe aller Zeiten. Die Ideen waren gut, aber da war ja wirklich jedes Level war einfach nur ein Labyrinth. Also, ich habe mich an keinem dieser Level zurechtgefunden. Und das ist halt, und ich finde es schade, weil ich sagen muss, auch der, der Schluss des Spiels hat mir sehr gut gefallen, der Antarktis, ne. So ein bisschen mit diesen, ich sag mal, ähm, John Carpenter-mäßigen, ja. Ja, also, äh, es war schon so ein bisschen angelehnt an das Ding aus einer anderen Welt, ne. Also, antarktische Forschungsstation, ne, dann Mutanten und so. Das war schon ziemlich cool. Und auch immer sagen, ich fand diese Minenfahrten gar nicht so schlimm wie manch andere. Ich weiß, es gab da Leute, die sich ziemlich abgequält haben und gesagt haben, äh, will ich nichts mehr zu tun haben. Furchtbar. Bin ich nicht der Meinung, ne. Ähm, aber aus eben genannten Gründen muss ich es unter sehr gut einordnen. Aber auf jeden Fall ganz vorne. Das ist, äh, es ist absolut klar. Ähm, ja. Also, auch so die letzten Level, das letzte Level fand ich jetzt auch nicht so toll. Die letzten zwei Level hier, äh, die, äh, Vergessene Stadt von Tinnos hieß, glaube ich. Und ja, Meteor-Einsturzstelle, wo man gegen diesen Mutanten da gekämpft hat, äh, der, also, der auch eine absolute Qual war als Endgegner, muss man mal direkt sagen, ne. Aber ich denke mal, so passt das, ne. Aber auf jeden Fall von den, äh, von der, von der Trilogie, das ist halt wirklich, ist Tomb Raider 3 mein liebster Teil. Ähm, ich sehe schon, ich bin eigentlich relativ skeptisch mit Tomb Raider. Also, wie gesagt, ich mache das alles nur aus Liebe heraus. Ich liebe diese Spielreihe. Nicht, dass man mich da irgendwie falsch versteht oder so, ne. Aber, äh, ich meine, jetzt gerade die, gerade die klassischen Spiele, die hatten halt schon ihre Schwächen. Das muss man wirklich mal sagen, so, ne. So, Tomb Raider 3, äh, Lost Artifact ist ein Meisterwerk. Ja, das ist, äh, definitiv packe ich das da rein. Es sind sechs Level. Jedes dieser Level ist genial. Also, ich weiß, im ersten Level habe ich mich ein bisschen durchgequält. Das war, weil ich das Einzige, weil ich so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen würde. Aber es ist immerhin trotzdem optisch sehr ansprechend. Die Ideen sind super. Die Level sind nicht zu lang gezogen, was bei den anderen, äh, Erweiterungen immer das Problem war, dass es irgendwie kein Ende genommen hat, ja. Ähm, es ist halt einfach, ja, was soll ich sagen? Also, äh, ich glaube, alleine schon ein Meisterwerk, weil dieses, diese Erweiterung hat die besten Tomb Raider Secrets aller Zeiten. Ich bin ja kein Sekret-Hunter, äh, wohlgemerkt bei den Tomb Raider-Spielen. Aber dieses Spiel hatte einfach tolle Secrets. Das Monster von Loch Ness oder das Portal in, äh, ich sag mal, die prähistorische Zeit, ne, also, ist absolut genial, ne. Und, äh, wie gesagt, ich erinnere mich sehr gerne an die Level, ne, dieser, dieser Euro-Tunnel oder was das da war, ne, äh, das hat super viel Spaß gemacht. Der Zoo, ja, auch richtig, richtig genial. Also generell, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich finde, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jemandem sagen würde hier, äh, wenn jemand so fragt, ey, welches Tomb Raider-Spiel würdest du mir empfehlen, ähm, was jetzt auch nicht zu lange dauert, wo ich jetzt, sag ich mal, nicht irgendwie 20 Level spielen muss, damit es vorbei ist, sondern wirklich mal so ein, so eine schöne Übersicht habe, was ist das, was ist das Quintessential Tomb Raider-Feeling? Würde ich sofort auf Lost Artefekt verweisen. Okay. Ähm, Tomb Raider 4. Ähm, okay. Ja, jetzt, jetzt wird es schwierig, jetzt wird es wirklich schwierig. Jetzt, äh, ich sag mal, qualitätsmäßig geht es jetzt bei den klassischen Teilen für mich immer schrittweise weiter nach unten, muss ich sagen. Ähm, ich würde Tomb Raider 4, ich weiß es noch nicht, also erstmal das Gute, was, äh, was Tomb Raider 4 hat. Tomb Raider 4 ist das umfangreichste Spiel, das Fragezeichen. Also, man versucht da auf jeden Fall viele neue Sachen. Man versucht jetzt wirklich mal, äh, von der, was ist Stärke oder Schwäche sein kann, je nachdem, wie man es bewertet oder betrachtet. Man hat nur eine große Location, sag ich jetzt mal. Also, klar, verschiedene Level oder Sub-Level, aber, ähm, alles ist halt Ägypten, ne, alles ist irgendwo sandig, alles ist Wüsten-ähnlich oder so. Man versucht natürlich da trotzdem so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Und, äh, es gibt ja auch tolle Level oder tolle Abschnitte hier, ähm, The Great Egyptian Adventure oder wie das hieß, dieser Freizeitpark für, ja, für die ganze Familie, wo es da irgendwie einen Todesfall gab. Also, kein Wunder, dass das irgendwie, äh, ja, pleite gegangen ist, wundert mich nicht, ja. Ähm, ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Ich muss auch mal sagen, ich kann das Spiel wirklich nur, äh, bei unterdurchschnittlich, äh, nicht bei unterdurchschnittlich, Entschuldigung, bei OK einordnen. Auf jeden Fall Fortune Brothers 2, äh, Golden Mask. Warum? Aus folgendem Grund. Das Spiel hatte für mich zu viele Bullshit-Stellen. Ja, also, ich sage nur, in keinem anderen Teil vorher konnte man irgendwelche Bodenluken öffnen oder irgendwie unter Wassertüren eintreten. Jetzt plötzlich ging das. Aber wohlgemerkt, dann auch nur von einer bestimmten Seite. Das ist ja nicht so, dass man von allen vier Seiten zum Beispiel diese Bodenluke anheben konnte. Nein! Das war dann halt nur von der einen Seite. So, und man muss sagen, dann, äh, ist das, ich sage mal, Wüste ist halt auf Dauer trotzdem etwas eintönig, ne? Ich verstehe das, wenn wir was Neues probieren wollten. Ähm, und es gibt da auch wirklich Level-Abstände, die ich grandios finde, ne? Wo das auch alles passt und so dieses Feeling aufkommt. Dieses Tomb Raider-Feeling. Also, ich sage mal, das Spiel hat schon echt so, würde ich jetzt sagen, mit Tomb Raider 1 tatsächlich, so mit das am stärksten ausgeprägte Tomb Raider-Feeling, weil es halt wirklich viele Gruften und Gräber gibt, die man erkundet. Aber, man muss sagen, und das ist jetzt wirklich der ganz, ganz große, also, das ist für mich der Grund, warum ich es nur unter Okay setzen kann. Ich sage mal, das letzte Viertel des Spiels ist wirklich nicht gut. Also, ich mag diese postapokalyptische Stimmung, äh, die, oh, was war das? War es Alexandria oder Alexandrien? Ich glaube schon. Das war eine Qual mit diesen ganzen Geschütztürmen. Es gab da einfach Rätsel, die völlig Banane waren. Ich erinnere mich noch an eine Rätsel, wo ich eine Leiche zur Seite schieben musste. Ähm, dann war darunter, also, ja gut, da war in der Wand ein Loch drin, oder, äh, so ein Schacht. Da lag etwas drin, was man, äh, wo man, oder man musste reingreifen. Oder man musste nicht da reingreifen, man musste da reingriechen. Das Problem war einfach nur, Lara konnte da nicht reingriechen, weil sozusagen dieses Loch und dieser Schacht, sag ich mal, auf Kniehöhe ungefähr war. Was man ernsthaft machen musste, war, dass man irgendwie um das Gebäude geht, einen Schalter betätigt, dann hat sich unter diesem Schacht eine, ein Gitter geöffnet, dann musste man von draußen da reingriechen und dann von unten in den Schacht springen, damit man sich da hochziehen konnte. Absoluter Bullshit. Das ist eigentlich vom Prinzip her, das zeigt einfach nur an, ja, wo die Schwächen und die Fehler der Spielmechanik sind, ja, das ist halt einfach kein gutes Rätsel gewesen. Ähm, der, der letzte Level, oder der letzte große Levelabschnitt hier mit den ganzen Pyramiden hat einfach nur uninspiriert gewirkt. Das hat wirklich gewirkt, wie, ey, wir haben einfach keinen Bock mehr. Also, das war halt wirklich, ja, eine Pyramide nach der nächsten hochkraxeln, äh, es war optisch nicht sehr ansprechend, es hatte wenig Abwechslung zu bieten, ja. Ich erinnere mich noch an eine Szene, die ich wirklich furchtbar fand, wo man, äh, auch so einen Eingang finden musste, in so ein Labyrinth, was übrigens auch ziemlich furchtbar war, und das war irgendein abgebrochener Stein, den man einfach optisch gar nicht anders, also den man gar nicht unterscheiden konnte, ne. Also, naja, ich glaube, es wäre, ja, ich sag mal, sie wollten ja da Schluss machen, ne. Also, ich bin froh, dass sie natürlich nicht Schluss gemacht haben, so ist es nicht, ne, also, obwohl, ne, ich weiß nicht. Also, ich bin froh, dass Tomb Raider doch so eine, so eine, ja, so eine lange Reihe ist, die so verschiedene, viele verschiedene Teile hat, äh, aber hätten wir da Schluss gemacht, glaube ich, wäre das ein guter Abschluss gewesen. Das Ende war dramatisch, es war tragisch, äh, es war aber auch ein würdiges Ende für die Figur, ich meine, sie ist ja auch da, sie ist ja auch so gestorben, ähm, bei, bei der Sache, die der meisten halt liebt, ne, Abenteuer und eben Gräber erforscht und sowas. So, Tomb Raider 5, jetzt geht's los, also, der Tomb Raider 5 kann ich nur unter, äh, Tomb Raider 5 ist für mich unterdurchschnittlich. Muss ich wirklich sagen, ich weiß, es gibt Leute, die sind tatsächlich mit dem fünften Teil irgendwie erst reingekommen in die Reihe, aber Tomb Raider 5 ist einfach, äh, also, ich, ich fange, ich will erst mal positiv anfangen, man soll ja immer erst mal mit einem positiven anfangen, bevor man irgendwie was zerreißt oder irgendwie in den Boden stampft, also sowas jetzt ja auch nicht rüberkommen. Tomb Raider 5, der Vorteil, was das Schöne ist bei dem Spiel, ich mag die düstere Stimmung, ich mag erst mal so dieses Prinzip, ja, alle Freunde und Bekannten von Lara Croft, äh, also Lara Croft ist in den Teil ja tot, ne, und, äh, es wird halt so erzählt, ja, äh, es werden verschiedene Episoden aus dem Leben von Lara Croft erzählt. Ähm, ja, und das ist super. Da gibt's aber natürlich, äh, diverse Probleme, man hat eigentlich gemerkt, dass, äh, die Spielentwickler zu dem Zeitpunkt völlig ausgelaugt waren, eigentlich die Reihe begraben wollten und sagten, ja, wir machen das jetzt einfach nur, weil es bezahlt wird und weil es, äh, also es ist wirklich, ich glaube, einer der Spielentwickler hat wirklich Teil 5 als einen riesigen Haufen Scheiße bezeichnet oder irgendwie sowas, also, guckt euch einfach das Video vom Angry Video Game Nerd an, äh, es ist, es sagt alles aus, ne, ähm, also erst mal gibt's viel zu wenig Level, es gibt ja nur 13 Level, äh, und das ist wie gesagt keine Erweiterung, das ist ja ein Hauptspiel und da ist ein 13 Level einfach viel zu wenig, ähm, ja, ähm, dann gibt's halt einfach, ich sag mal so, die Abschnitte, die wir haben, sind unterschiedlich stark, der erste Abschnitt in Rom ist okay, würde ich sagen, nichts, was hervorsticht oder herausragt, ähm, ich, ich finde Lara wirkt da schon ganz schön psychopathisch, also, äh, es gibt natürlich die Logiklücke, dass, äh, sie, was, Pierre, oder Lars, ich glaube, sie tötet Pierre, ja, genau, der hängt da irgendwie an so einer Klippe runter und sie tritt ihm auf der Hand, er stirbt, absolute Logiklücke, ich meine, wir wissen, dass Pierre und Larsen im ersten Teil von Tomb Raider vorkommen und das, diese Episode sozusagen sollte vor Tomb Raider einspielen, also, völlig Banane, ähm, kann ich im Notfall noch drüber entwechseln, ich sag mal so, die, die Rom-Level waren okayer Tomb Raider Level. Der zweite Abschnitt war ja dann, äh, ja, war ja dann sozusagen das mit den ganzen U-Boot und so, das war mal okay, mal nicht, auch da hatten wir viele Bullshit-Stellen, muss man wirklich sagen, ja, ähm, ich meine, wir hatten die Stelle, wo, ja, wo wir diese Steichpassage hatten, was nie vorher erklärt wurde, wo wir so ein Koch irgendwie von hinten mit der, äh, ja, mit einer Brechstange über den Kopf, äh, die über den Kopf ziehen mussten und sowas, ne, wurde vorher nie erklärt, äh, das U-Boot an sich war völlig unübersichtlich, hat mir gar nicht gefallen, dann hatten wir den dritten Abschnitt, der in Schottland gespielt hat, den ich wiederum an sich ziemlich cool fand, ne, also das war ja dann so ein bisschen, also hat schon sehr, Horror-Gothic-ähnliche Züge gehabt, ne, man hat die junge Lara gespielt, die auch keine Waffen hatte, ja, man hatte diesen, ziemlich lächerlichen Bösewicht, äh, diesen, ich will jetzt nicht sagen, kopflose Reiter auf dem Pferd oder so, aber es, es war im Prinzip ja, ja, irgendein Dämon auf dem Pferd halt, ne, den man am Ende besiegt hat, der man auch so ein Buch vorgelesen hat und, weiß ich nicht, durch die Kraft der Literatur ist er dann plötzlich gestorben und wurde verbannt oder sowas, toll, ähm, auch da, völlig verbuggt, diese eine Stelle, wo man in der Kirche war und, äh, diese, diese Hebel betätigen musste, damit die Türme sich in den einzelnen Räumen drehen und man dann letztendlich rausgekommen ist, ich hab mich da so abgequält, weil es so verbuggt war und, äh, das ist, es war unspielbar, ich kann es nicht anders sagen, ne, also durch Zufall habe ich es dann geschafft, genau, und dann kommt der letzte Abschnitt und der war grausig, das ist wirklich da und das meine ich damit, deswegen kann ich es nicht höher einordnen, ähm, der Turm von Werner, letztendlich der, das große, der große Wolkenkratzer, ähm, so ein bisschen, es war schon fast ein bisschen, also es war schon fast mehr Matrix irgendwie, keine Ahnung, also Lara war ja auch in diesem hautengen, äh, Lederoutfit da unterwegs oder Latexoutfit, ähm, sah auch aus, als er direkt aus Matrix gesprungen wäre, ähm, ja, also, da hat man mal versucht, das so ein bisschen mehr, so futuristischer zu gestalten, wir hatten auch ein paar Cyborgs, die da rumgelaufen sind, das war so ein bisschen, äh, auch mit Schleichpassagen und so, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht, muss ich sagen, es war, es war viel zu viel, äh, viel zu verbuggt und die letzte, das letzte Level, Red Alert, war so verbuggt, dass man nur an gewissen Stellen speichern durfte, weil sonst, äh, gewisse Ereignisse nicht getriggert wurden, ich hab das irgendwie 5, 6, 7 Mal probiert und am Ende hab ich dann einfach gesagt, komm, fuck it, ich saß da 2 Stunden dran, 2 Stunden wohlgemerkt, um diese, um das irgendwie richtig zu triggern, die Ereignisse, die stattfinden mussten, am Ende hab ich's dann einfach gelassen, hab dann auf, ähm, einen anderen YouTuber verwiesen, Rahmschnitzel LP, ja, ähm, der das durchgespielt hat, ich hatte dann einfach keine Nerven mehr dafür, also, also Tomb Raider 5 ist bis jetzt, äh, soll was heißen, ich hab mich auch durch Angel of Darkness durchgequält, aber Tomb Raider 5 ist bis jetzt das einzige Spiel, was ich nicht durchgespielt habe von Tomb Raider, also von der Hauptreihe, sag ich jetzt mal, ähm, abgesehen von den ganz modernen Teilen, ne, äh, aber es war halt einfach, was soll ich sagen, und die letzte Zwischensequenz war es auch nicht wert, was hat man denn da gesehen, gut, Lara ist aus dem, äh, Lara hat, äh, die Iris letztendlich geklaut aus dem vierten Teil, ist aus dem, äh, vom Wolkenkratzer gesprungen, hat's, äh, alles wunderbar, man hat da nochmal Werner gesehen, irgendeine Rückblende, irgendwie in Ägypten, und das sollte so ein bisschen so ein Cliffhanger sein, von wegen, ja, da kommt noch ein anderer Teil, aber kann man vergessen, so, Tomb Raider Angel of Darkness furchtbar, muss ich dazu, also, muss ich jetzt wirklich, alles nochmal wiederholen, was man eigentlich, also ganz ehrlich, liebe Leute, meine lieben Leute da draußen, ich kann, ich sag mal, ich, ich verstehe vieles, ich verstehe auch, dass man verschiedene Geschmäcker hat, und dass man sagt, okay, mir gefällt Teil 1 besser als Teil 2, oder Teil 2 besser als Teil 3, oder was auch immer, ich würde noch verstehen, wenn jemand sagen würde, Tomb Raider 5, äh, ist mein Lieblingsteil, weil ich bin damit aufgewachsen, bla bla bla, Nostalgie hier und da, bei Tomb Raider 6, Angel of Darkness, kann ich's nicht verstehen, das Spiel ist eine einzige Katastrophe, also jetzt nur zu sagen, ja, das Spiel hat einen interessanten Storyansatz gehabt, und, äh, es hat einen interessanten Storyansatz gehabt, und, äh, es ist düsterer, und jetzt war's anderes, reicht mir nicht aus, das hat einen Grund, warum dieses Spiel, äh, letztendlich, Corey sein, gekillt hat, ja, es ist, Lara ist, die größte Psychopathin, in allen Teilen, in diesem Teil, also, sie ist unsympathisch, sie beleidigt jeden, sie droht jeden, den abzuknallen, zu killen, ja, also, ich erinnere mich nur an diesen armen Reporter, den sie da einfach nur abknallen wollte, weil er seinen Job macht, und den droht hat, du gibst jetzt Beweise, oder ich mach dich fertig, ne, und ich meine, da ist ja am Ende auch ein Stormwing, ja, aber gut, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen, ähm, das Spiel war verbuggt ohne Ende, also, das war wirklich das am meisten verbuggste, Tomb Raider aller Zeiten, es gab Spielmechaniken, die nicht ausgereift waren, beziehungsweise, die sie nicht fertig gekriegt haben, wie mit dem Stärkesystem, was auch völlig Banane war, äh, ich kann diese Kiste nicht schieben, ich öffne eine Tür, oh, I feel stronger now, ne, oder ich mach jetzt einen allspezifischen Sprung, damit meine Schenkel plötzlich stärker werden, und jetzt kann ich irgendwie eine Zugbrücke runterkicken, völlig Banane, also, kann man nicht anders sagen, ähm, also, wieder, die Steuerung war furchtbar, also, es war eine absolute Qual, es waren viel zu wenig Tombs, dafür, dass es Tomb Raider heißt, ja, ähm, wir haben viel zu lange in, ähm, Paris abgegammelt, in wohlgemerkt der Geisterstadt Paris, ähm, dieser ganze, bis er dann erstmal, äh, genau dieser ganze Abschnitt, wo man da rumgelaufen ist, es war auch nichts, es war, ist nichts passiert dort, ne, und es hat auch einfach keinen Spaß gemacht, die Level waren, es waren immer nur so kurze Level Abschnitte, nichts zu bieten hatten, Bouchards Versteck war einfach nur ein langer Schlauch, mehr nicht, ja, ähm, der Louvre, war nett, aber das war halt auch, also, sag ich mal, Mission Impossible Stealth Mission, die ich jetzt auch nicht gebraucht hätte unbedingt, ja, äh, bis er dann erstmal zu der ersten, ja, also, äh, zu der ersten Gruff gekommen sind, ist schon hier sonst so viel Zeit vergangen, ja, ähm, da war die auch nicht so toll, das ist, da war mit den verschiedenen, also die Halle der vier Jahreszeiten, da hatten wir auch, manche, manche waren okay, manche Prüfung, manche waren richtig furchtbar, äh, wo einfach, keine Ahnung, man, ich glaube, das war die Windprüfe, wo man von so einer winzigen Säule zu so einer anderen winzigen Säule immer springen musste, und die Steuerung hat es einfach auch nicht zugelassen, weil die Steuerung so unpräzise ist, man ist da dauernd abgekratzt, also ich habe da, ich glaube, mehr gespeichert, als in jedem anderen Tomb Raider Teil, und das soll schon was heißen, ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also auch, in Prag, das hat auch keinen Spaß gemacht, mit diesen ganzen, es war so Banane alles, einfach nur diese, dieses Untergrundlabor und so, das ist halt, es war leer, es gab so viele Fehler, die Endbosse, das waren wirklich die schlimmsten Endbosse, die ich jemals in einem Spiel gespielt habe, oder gegen die ich gekämpft habe, äh, es, die waren teilweise, also, kein normaler Mensch wäre drauf gekommen, wie man manche Bosse da tötet, die waren völlig unausgereift, es hat einfach keinen Spaß gemacht, und, auch der letzte Endgibler war ja nur wirklich ein Witz, ja, den alten Mann da, der man dann einfach, dann, wenn er sich dann mal beruhigt hat, seine langweiligen Animationen da abgespielt hat, hat man dann einfach, äh, an die Schläfe gekickt, dreimal, und dann war es, äh, ja, dann war er tot, so ungefähr, ja, und vor allem, eine Sache muss ich noch sagen, ich will jetzt nicht zu lange ranten über das Spiel, aber, Kurt ist als, ich bin froh, dass er nie wieder aufgetaucht ist, was für eine ekelhafte Schmalzlocke, ich meine, wie kann man, die Figur mag doch gar keiner, oder, ähm, warum würde ich als, warum würde ich, warum würde ich den spielen wollen, wenn ich Lara Croft spielen kann, ne, der ist unsympathisch, das ist halt wirklich, so eine richtige Schmalzlocke, äh, der wird, wohlgemerkt wird der eingeführt, ähm, gut, den sieht man ja kurz beim Kaffee Metro, aber, auf jeden Fall, wo er dann richtig eingeführt wird, ist er dann, als wir aus dem Luver fliehen, äh, fliehen, und da, belästigt er Lara, es ist eine ekelhafte, unangenehme Szene, die, äh, die ich ganz, ganz unangenehm finde, und auch später ist er einfach, ich, ich verstehe auch nicht diese, potenzielle, Romantik, die sich zwischen den beiden entwickelt, verstehe ich, kann ich die überhaupt nicht nachvollziehen, also wirklich, Tomb Raider, Angel of Darkness, furchtbar, schlimmster Lara Croft Teil aller Zeiten, so jetzt kommen wir zum ersten Reboot, ähm, also es ist, es ist ziemlich schwierig, also, ich finde diese ganzen, das erste Reboot, hat den Vorteil, dass es sich immer noch für mich wie Lara Croft, oder wie Tomb Raider anfühlt, ne, man hat viele, also, die Spielmechaniken machen Spaß, finde ich, ähm, die Kletterpassagen sind super, das ist ja das, was mir am meisten immer Spaß gemacht hat, bei Tomb Raider, einfach das Erkunden und, äh, das Klettern und sowas, ähm, es gab so Sachen, äh, die fand ich ganz nett, es gab andere Sachen, die fand ich toll, also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Tomb Raider Legend betrachte, als Spiel, muss ich sagen, haben mir die Level größtenteils sehr gut gefallen, also selbst so diese Stadtlevel, so aus die Tokio zum Beispiel, würde ich sagen, gehört eigentlich mit so zu meinem Lieblingslevel aus dem Spiel, ja, äh, die Geschichte, die sich aufbaut, die ist nett, die ist jetzt nicht grandios, muss man sagen, äh, aber gut, ich meine, man spielt ja, jetzt ganz ehrlich, man spielt Tomb Raider auch nicht dafür, dass man irgendwie die tiefgründigste Story aller Zeiten bekommt, wir haben wieder so eine Geschichte, wo man erfährt, was ist mit der Mutter passiert, was ist mit dem Vater passiert, ja, ähm, dieses Hin und Her mit den Männern, finde ich fast schon ein bisschen lustig, also Männer so als Gegnerin, kann ich nicht so ganz ernst nehmen, muss ich sagen, äh, aber ich würde sagen, also, Tomb Raider Legend an sich ist ein sehr gutes Spiel, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich das einordne, also, also ich, ich muss halt sagen, ich bin halt immer noch am meisten Fan von den klassischen Spielen, also, ich würde es jetzt hier einordnen, ja, es ist ein sehr gutes Spiel, ich würde sagen, von der Trilogie, äh, potenziell das Beste, weiß ich nicht, also, das Problem ist, ich muss sagen, ich kann die Teile halt relativ wenig auseinander halten, muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich weiß nur, ähm, dass, dass mich die Spiele am wenigsten frustriert haben, Angel, also, Angel of Darkness, jetzt fange ich damit schon wieder an, äh, Tomb Raider Anniversary zum Beispiel, ist so am ehesten der Teil, den ich, äh, wo ich Probleme hatte, es lag aber einfach, äh, an Performance-Problemen und weil der, ach ja, weil das Spiel einfach so alt war schon, äh, an sich war das ein tolles Spiel und ein tolles, äh, tolles Reimagining, ja, also, das würde ich auch eigentlich unter sehr gut einordnen, tatsächlich auch vor, ähm, ja, vor Legend, doch, Anniversary fand ich dann doch ein bisschen besser, aber das ist halt einfach, weil da auch so ein bisschen die Nostalgie kickt, ähm, es gab auch Sachen, die mir nicht gefallen hat, zum Beispiel, dass man die Endkämpfe ausgenommen hat, gegen die ganzen, äh, Handlanger von Nuttler, das hat man ja völlig rausgenommen, was ich sehr schade fand, aber an sich haben, äh, ich fand, ich fand nett, was sie so aus den einzelnen, Leveln gemacht haben, und Tomb Raider Underworld, äh, ja, ich, ich weiß, dass Tomb Raider Underworld halt so relativ unbeliebt ist, also, ich sag mal, was mich wirklich, äh, angepisst hat, glaube ich, waren, so diese, die Kameraperspektive war immer ziemlich, oder die Kamera war sehr anstrengend, aber, also, ich muss sagen, die, ich fand die Kletterpassagen teilweise auch, äh, ungünstig, sagen wir es mal so, ne, aber die Level waren sehr abwechslungsreich, also, da gab es also, gerade die Tauchlevel zum Beispiel, haben mir sehr viel Spaß gemacht, ja, ähm, diese, diese ganze, das Ganze mit der nordischen Mythologie war toll, äh, ja, also, ich sag mal, äh, 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 der Kampf gegen die ganzen Unterweltviecher, das war manchmal ein bisschen zu viel, ja, äh, auch, also, auch das Ende war mal ein bisschen zu drüber, ne, also, ich würde sagen, das ist wirklich okay, also, sehr, sehr, also, ist es schon, es geht mehr in Richtung sehr gut, aber ich würde es unter okay setzen, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, ne, gut, jetzt habe ich mich etwas kurz gefasst, aber, äh, ich glaube, ich habe eigentlich, ja, also, zu den Teilen gibt es nicht mehr zu sagen, ich glaube, wirklich ein großer Teil meines Kanals ist, ne, wie gesagt, ich spiele, ich, äh, ich liebe diese Spielreihe, versteht mich da nicht falsch, ne, ähm, aber, äh, ich sage mal, jede, ich, jede, jedes Reboot oder jede Zeit von Lara hat halt auch ihre Vor- und Nachteile, ne, man muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden, ich glaube, man kann auch meine Argumentationen gerade mit Teil 4, 5, 6 ja sehr gut verstehen, äh, ich bin auch der Meinung, dass, äh, Tomb Raider, äh, 3 Lost Artifact wirklich das beste Tomb Raider ist, Tomb Raider, offizielle Tomb Raider Spiel in irgendeiner Form aller Zeiten ist, ne, joa, und, also, von den Sachen hier unten habe ich, jetzt mal abgesehen natürlich von, äh, Remastered 1, 2, 3 und dann eben hier, äh, Shadow of the Tomb Raider und, äh, Rise of the Tomb Raider, bei anderen habe ich nicht wirklich das Bedürfnis, sie zu spielen, ne, also, ich meine, wenn ihr daran Spaß habt, schön, äh, ich brauche es jetzt wahrscheinlich eher nicht, also, ja, aber, ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen, ne, ähm, ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung runterschreiben, wie ihr die Teile einordnen würdet, ähm, und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, gerne auch mal ein Abo, sehr gerne beides, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin, und, ciao. und, Vielen Dank.